Musik Musik So, hier zeige ich euch mal, wie ich jetzt meinen Rahmen schlütze, lackiere. Ich merke schon diese Drehvorrichtung gebastelt. Da kann man dann schön den Rahmen drehen. Ich zeige es mal kurz. So, von allen Seiten hin und dran kommen. Habe ich soweit schon probiert, aber ein paar Stellen, wo ich nochmal nachkomme. Und hier sind die restlichen Daten, die wir probieren. So, jetzt machen wir mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020